Dazu, Kim wird morgen spielen, toi toi toi, wenn heute jetzt im Abschlusstraining nichts mehr passiert. Morgen früh trainieren wir auch nochmal, ansonsten wird Kim eine Halbzeit spielen. Freuen wir uns alle sehr drauf, auf das Debüt und hoffentlich gibt ihm das auch den nötigen Fitness, natürlich Selbstvertrauen und so weiter und Schub, dass wir ihn weiter an sein Leistungslimit bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017